Als Siemens bieten wir unseren Kunden auf Basis unseres breiten und durchgängigen Portfolios in der Antriebs- und Automatisierungstechnik innovative Lösungen für Maschinen und Anlagen. Bearbeitungszentren im Bereich Holz und Stein, aber auch Glas, stellen besondere funktionale Anforderungen. Um diesen noch besser Rechnung zu tragen, haben wir unser Angebot um eine passgenaue Lösung auf Basis der neuen Sinomeric MC erweitert. Welche Vorteile diese Lösung bei der Entwicklung einer Maschine bietet, dazu haben wir einen unserer Kunden, die Firma Reichenbacher Hamwell, befragt. Die Firma Reichenbacher liefert CNC-Bearbeitungszentren sowohl in die Industrie als auch ins Handwerk, in verschiedene Branchen, Kunststoff, Leichtmetall als auch Holzbearbeitung. Wir bedienen mit unseren Anlagen zwei verschiedene Anforderungsprofile. Zum einen die Industrie als auch das klassische Handwerk. In beiden Bereichen kommen ganz unterschiedliche Anforderungen auf uns zu, als auch auf das Steuerungssystem. Wir positionieren die neuen Maschinenbaureihen im Bereich des Handwerks hauptsächlich. Da es im Handwerk häufig auf Generalisten ankommt, die mehrere Anlagen führen müssen, kommt es hier häufig auf leichte Bedienung der Anlagen an, intuitive Bedienung. In dieses Anforderungsprofil passt perfekt die Sinomeric MC, da sie in der Auslegung sehr flexibel ist, viele Hilfsachsen bedienen kann, als auch mit der eigenen Oberfläche einen eigenen Flair des Maschinenherstellers mit einbringen kann. Im sehr preisbewussten Segment der Handwerker legen wir darauf Wert, den richtigen Antrieb und den richtigen Servomotor für die passende Anwendung auszulegen. An der Sinomeric MC können wir S120 als auch S210 Antriebe kombinieren, sodass wir für jeden Antrieb die beste Auslegung treffen können, die auch zum besten Preis führt. Die Maschinen, die wir mit Sinomeric MC ausrüsten, unterscheiden sich hauptsächlich dahingehend, dass wir sehr viele Hilfsachsen an den Anlagen haben, im Bereich 10 bis 20 Stück. Das Lizenzmodell von Siemens kommt uns entgegen, indem wir keinerlei Lizenzgebühren bezahlen, nur für jede NC-Achse, die zusammen mit anderen Achsen interpoliert. Der Vorteil des S210 Antriebs ist, dass die Abstufungen der Servomotoren und der Umrichter zueinander feingranular sind, sodass auch im unteren Drehmomentbereich der Servomotoren immer ein passender Antrieb für die passende Anwendung verfügbar ist und wir nicht überdimensionieren müssen. Die Assistenzsysteme im TIA Portal helfen uns bei der Inbetriebnahme der S210 Antriebe an unseren Anlagen. Siemens bietet hier viele Hilfestellungen an, um die optimalen Parameter für jeden Antrieb zu finden. Das Windows 10 auf der Sinomeric MC bietet uns die Möglichkeit, eigene Anwendungen und Bedienoberflächen zu integrieren, als auch dem Kunden ein Gefühl zu vermitteln, wie am Büroarbeitsplatz, den er gewohnt ist, gleiche Bedienphilosophie zusammen mit unserer eigens kreierten Bedienoberfläche. Den größten Nutzen der einfachen Bedienung haben am Ende Umsteiger und Einsteiger in die CNC-Technologie. Die erste Anlage wurde im Mai 2020 an die Firma Inbau ausgeliefert. Diese Maschine ist bereits bei der Firma Inbau im Einsatz und wir haben nachgefragt, wie sich die Lösung in der Praxis bewährt. Ich arbeite bei der Firma Inbau in Möttenheim. Ich arbeite auf einer CNC-Maschine. Ich fertige auf der Maschine komplexe Teile für den Betonschalungsbau. Früher haben wir die Teile händisch und auf der Kreise gefertigt. Die Teile waren langwieriger zu fertigen und der Aufbau der Teile war komplizierter. Heute fertigen wir die Teile nach einem CNC-Programm, die der Programmierer im Büro erstellt. Das Programm wird einfach nur auf die Maschinenoberfläche gezogen und die Maschine gestartet. Die Teile werden nach dem Programm einfach so erstellt. Passt genau praktisch. Da wir in der Firma Inbau keinerlei Erfahrung mit CNC-Maschinen hatten, war wichtig, dass die Maschine sehr einfach zu bedienen ist. Diese Maschine ist speziell eine Maschine mit wenig Knöpfen. Das Erlernen der Bedienung dauert nur ein paar Tage. Du musst das immer wieder machen, dann kostet das schon. Bei der Anschaffung der Maschine war wichtig, die Produktion zu steigern. Also dass wir mehr Teile fertigen können in der gleichen Zeit. Mit dieser 5-Achs-CNC-Maschine kann man sehr komplexe Teile erstellen. Der Vorteil ist, dass die Teile schneller und genauer gefertigt werden. Glückblickend sind wir mit dem Ablauf der Fertigung sehr zufrieden. Nachdem die Maschine im Mai aufgestellt worden ist und nach ein paar Tagen Einarbeitungszeit, haben wir da ein paar Testprogramme gefahren und danach, ein paar Wochen später, die ersten reellen Teile produziert. Ich bin glücklich über die Anschaffung der Maschine. Es vereinfacht die Fertigung der Schalungen sehr. Tolle Einblicke hinter die Kulissen. Vielen Dank an die Firmen Reichenbacher, Hamoy und Inbau. Lassen Sie mich abschließend die wesentlichen Aspekte der Lösung auf Basis der Sinomeric MC zusammenfassen. Im Zusammenspiel mit den Cinemix-Antrieben und den Simotex-Motoren ermöglicht sie zugeschnittene Lösungen für Bearbeitungszentren, wie gesehen im Bereich Holz, aber auch in anderen Branchen, wie beispielsweise Stein. Auf Basis der neuesten Technologien vereint die Sinomeric MC alle notwendigen Komponenten. NC, PLC, HMI und Windows-IPC. Das TIO-Portal ermöglicht das effiziente Engineering auf Basis moderner Hochsprachen- und Bausteinbibliotheken. Ein Beispiel hierfür sind die PLC Open-Bausteine zur effizienten Programmierung der Bewegungsführung in der PLC. Individuelle Benutzeroberflächen können wahlweise auf Basis des grafischen Projektiersystems WinCC oder auf Basis von Hochsprachen erstellt werden. PROFINET ist die standardisierte Schnittstelle zur Anbindung von Antrieben und Peripheriebaugruppen. Je nach Anforderungen kann das optimale Antriebssystem, wahlweise der S210 mit der Einkabeltechnik oder das modulare Antriebssystem Dynamics S120 eingesetzt werden. Die in Steuerung und Antrieben integrierten Safety-Funktionen erlauben die einfache und effiziente Umsetzung der für den Betrieb der Maschine notwendigen Sicherheitskonzepte. Last but not least unterstützen die integrierten Security-Features moderne Konzepte für Know-how und Zugriffsschutz. Lassen Sie uns gemeinsam die vielfältigen Vorteile der Synomeric-MC-Lösung anhand Ihrer Anwendung diskutieren.